Erdmann eine Immobilie ist damit oft ein trauriges Ereignis verbunden. Oft ist es so, dass sich dann in dieser Situation Erbengemeinschaften bilden, die entweder innerhalb der Familie entstehen oder im schlimmsten Fall auch mit fremden Personen. An der Stelle kommen zu den emotionalen Themen noch weitere Herausforderungen, zum Beispiel, wer verkauft die Immobilie, möchte eine der Parteien die Immobilie behalten und welchen Wert hat denn die Immobilie überhaupt. Um an der Stelle nicht noch zusätzlichen Zündstoff zu bieten, begleiten wir Sie gerne mit unserer Expertise dabei, einen gerechten Marktwert zu ermitteln und als unparteiische Person dafür zu sorgen, dass am Ende alle Parteien mit einem guten Bauchgefühl aus der Situation herausgehen. Als regionaler Experte wissen wir ganz genau, wie der Markt funktioniert und können Ihnen innerhalb dieser emotionalen Belastung die zusätzlichen Herausforderungen von A bis Z von den Schultern nehmen. Wir unterstützen Sie von der Verkaufsentscheidung bis zum Notartermin und nehmen Ihnen alle Aufgaben von A bis Z ab. Wenn Sie den Verkauf einer geerbten Immobilie gerade planen, melden Sie sich gerne bei uns. Wir unterstützen Sie.